. 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 , . Ein GH4, Panasonic, 1500 hat es gekostet und er hat sich ein paar Sachen einbauen lassen. Das ist aber 1800. Das ist keine Ahnung, das ist alles so. Hast du einen Vogel? Ja, warte, jetzt darfst du gleich tu filmen dann. Zeig ich dir gleich. Das soll jetzt sein und dann sammst du mal hin. Ja, 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 du. Kannst du dir gar nicht besser? Nein, das geht ja nicht. Wir haben sie jetzt gekauft, das ist super. Eines von den drei Haxen, ganz oben schraufen. Und in der Mitte ist auch eins. Da hängst du zusammen und hast so eine Self-Stange. Transporte beschädigt wurden, die haben sie zurückgeschickt. Und sie haben aber ganz mehr zur Verfügung. Das ist auch eine gute Firma und ich habe ein Gutschiff gekriegt. Was hast du zahlt? Nein, ich habe einen Scheißdreck. Ich glaube, ey. Was? Ja, die sind arg. Das ist ein Wahnsinn. Ich werde eh meine Kamera, meine Alte, hinstellen mit einem Stativ. Und dann putzen. Genau. Schauen wir mal, was wir dort sehen. Die Schürze sind super, Alter. Was sind die gekauft? Am Teichmann. Ich weiß nicht, egal. Sie sind so dünsig. Ja, offen. Gitter. Hier ist der Kaktus, da steht er. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin schon froh, dass wir die haben. Wir haben sie ungefähr eine. Verstehend. Das reicht schon. Das wird schon reichen. Ich weiß nicht. Jetzt kommen wir noch mehr auf die. Gestern habe ich mir gedacht, der Mozart ein paar Sachen gefilmt hat. Ich bin ja eben hinterher gestanden. Das ist schon eine alte Kamera. Ja, nein. Allein beim Freisputzen und solche Sachen. Wenn er da hineinsummt. Ich meine, das haben wir da hineingenommen. Ist schon toll. Gibt es nichts. Das ist extrem... Gut, es wird reichen.